Ich grüße euch, das ist wieder Uwe Beuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, wenn wir so in die Umgebung schauen von uns, sehen wir, dass da vieles sich jetzt am Transformieren ist und auch am Bewusstwerden ist, am Bewusstwerden, wo wir hier gelebt haben, die letzten Jahrtausende und ja, vielen wird jetzt bewusst, dass auch diese Matrix die da aufgespannt wurde, sehr, sehr, ja, durchstrukturiert und auch sehr durchzogen war, auch vieles, wo wir geglaubt haben, dass das von einer sehr guten Energie getragen ist und auch von einer sehr liebevoll, lichtvollen Energie spüren und sehen wir jetzt durch gewisse Statements auch von bestimmten Firmen, dass da doch eine Indoktrinierung ja stattgefunden hat und dies dann jetzt auch klar wird. Diese Klärung musste jetzt sein, weil ja alles sich in dieser Neustrukturierung, in dieser Neuordnung befindet. Und ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht. Es ist so, wie wenn du eine klattnische Klangfigur anschaust, wenn du mit dem Geigenbogen an einer Metallplatte vorbei streichst und da dann zum Beispiel feinen Sand auf diese Metallplatte streust und wenn du dann von oben schaust, bilden sich Muster. Und diese Muster sind diese klattnischen Klangfiguren und wir sehen da, dass Klang auch Information behält, also im Klang auch Information enthalten ist und diese Information bringt etwas in Form und zwar in ein Muster. So, und dieses Muster ist so eine Art, ja auch eine Art, ich möchte mal sagen, wie wir es kennen von diesen Symbolmustern, zum Beispiel, wenn wir jetzt schauen, diese Blume des Lebens oder ähnliches. Es ist anders noch wie die Blume des Lebens, aber es hat schon diese weichen und auch wellenförmigen Muster, die sich dann abbilden. Und je nach Platte, wenn die rund ist, sind die anders, als wenn die Platte viereckig ist und wenn die Platte acht Ecken hat, zum Beispiel, wie ein Stoppschild zum Beispiel, dann ist das Muster auch wieder anders und je nach Klang und Klangfarbe und Vibration, also die entsteht ja dann aus diesem Vorbeistreichen, bilden sich jeweils immer neue Muster. Und wenn wir jetzt einen Lautsprecher unter diese Platte tun, unter dieser Metallplatte und den Ton langsam erhöhen, also so, ui, immer höher, dann sehen wir, dass dieses Muster gleich bleibt, sehr lang. Und plötzlich, ab einem bestimmten Höhepunkt des Klangs, an einer bestimmten Stelle, löst sich das gesamte Muster auf. Wir haben völliges Chaos, ja, Chaos als Chance. Ja, und dieses, wo wir dann sehen, diese aufgelöste, ja, dieses aufgelöste Sandmuster, wo dann gar kein Muster mehr ist, bildet sich plötzlich neu. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Und dies hat damit zu tun, dass die Energie, das Bewusstsein auf der Erde im Moment exponentiell steigt. Und das hat zur Folge, dass dieses Muster, dieses Bewusstseinsmuster, das auch die Erde bildet, die Erde ist ja ein Bewusstseinskondensat, ein Bewusstseinsenergetisches Gebilde, das sich aus einem bestimmten, ich sag mal Bewusstseinsraum, aus einem bestimmten Bewusstseinsklangraum herauskristallisiert, kondensiert hat. Und die Erde ist dann zu sehen als ein, ja, ein Ort, an dem das Bewusstsein der Erde sich zur Verfügung gestellt hat, dass viele Bewusstseine in diesem oder auf diesem oder auch in diesem Bewusstseinsraum dürfen und können sich dann entwickeln oder auch noch weiter, ja, bewusst werden. Zeitlich gesprochen. Und dieses Ganze, wo jetzt im Moment stattfindet, hat ja noch einen anderen Aspekt, der mir von der geistigen Welt ja gegeben wurde und gezeigt wurde. Das ist dieser Aspekt oder dieser Punkt, dieser Nullpunkt, den die Erde darstellt und wo die Erde anscheinend ein ganz spezieller Ort, einen ganz speziellen Ort darstellt im Multiversum und es hat nicht nur mit dem Ort zu tun, an dem die Erde sich sozusagen befindet, unser Sonnensystem, aber auch unser ganzes Universum im Multiversum, sondern es hat auch mit einer energetischen Resonanz zu tun. Also es hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass die Erde an einem bestimmten Ort ist, sondern es hat auch, wie gesagt, mit einer Resonanzenergie oder mit einem Resonanzpotenzial zu tun. Und die Erde ist da jetzt im Begriff und auch im Griff sozusagen der Liebeslichtgottheit, sozusagen, ja, trägt sie die Erde jetzt auf der Hand oder auf Händen kann man auch sagen, Yin und Yang und dieses Ganze, wo jetzt da im Außen stattfindet, ist jetzt gerade diese Auflösung zu diesem neuen Muster und auch gleichzeitig ein Bewusstwerdungsraum, eine Bewusstwerdungsmöglichkeit, die uns hier jetzt dargeboten wird, damit wir sehen, was hier wirklich auf der Erde für eine Matrix aufgespannt wurde über die letzten Jahrtausende. Ja, und dieses Ganze ist natürlich auch für viele, viele eine Enttäuschung, für mich nicht so ganz, weil ich habe das Ganze jetzt über, ja, 35 Jahre schon im Blick und auch davor schon als Kind habe ich immer gedacht, wo bin ich hier gelandet? Und es geht bestimmt vielen von euch auch so, dass die immer gedacht haben, wo bin ich hier? Was ist hier los? Und mir hat man dann aber auch schnell gezeigt, was hier wirklich los ist. Man hat mir auch die dunkelsten Energien, Bewusstseinsmöglichkeiten gezeigt und aber auch, wie ich glaube, wie ich meine zu sehen, die hellsten. Sozusagen beide Möglichkeiten dargelegt. Und dazu kam dann noch die Erklärung eben, warum dieses ganze Spiel so stattgefunden hat. Dazu möchte ich euch dann noch mehr sagen in der kommenden Woche. Ich werde da ein Live machen und ich gebe dann noch über Newsletter Bescheid, aber auch auf meiner Website und auch kurz vielleicht hier über diesen Kanal, ja, wann das genau sein wird. Ja, wir werden dann noch tiefer reingehen in die ganze Thematik. Auch was jetzt hier auf der Erde im Moment gerade so stattfindet und aber auch was, ja, für eine Zukunft, da jetzt schon für uns eine nähere Zukunft für uns jetzt schon, ja, in Resonanz geht und in uns aufglimmt und diese neue Möglichkeit des Lebens wird euch sehr inspirieren, wird euch, ja, sehr ins Herz gehen und viele von euch spüren das, ja, in sich schon und ich möchte euch da einfach nur ein bisschen inspirieren. Ihr seid selber Schöpferwesen und ja, ihr könnt es alles in euch selber nachwahrnehmen. Wir werden dann auch eine Übung dazu machen in diesem Live oder eine, ich möchte mal eher sagen, einen Resonanzbogen spannen zu diesen neuen Lebensmöglichkeiten. zu dieser Vision, zu diesem Leitstern, der uns jetzt weiter begleiten kann und es wird für jeden individuell sein, sozusagen, dass das auch für jeden genau die Lebensmöglichkeit dann näher bringt, die für euch ja auch im Moment gerade in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dann auch die schönstmögliche ist, genau. Ja, die ganze Erde ist im Moment auch vielleicht in so einem Art Zustand zu sehen, wie Ja, wie er so ein bisschen ist, vor einem, ja, ich möchte fast sagen, vor einem Start eines Liebeslichtraumschiffes, das ist jetzt mal kein Beispiel aus der Natur, ich könnte euch nachher noch eins anführen, aber ich möchte trotzdem mal dieses Beispiel, wo die Triebwerke sozusagen, ja, sich im Moment gerade so aufladen mit Energie und das gesammelt wird, so als in einem Attraktor-Bereich sich kondensiert, zusammenzieht, akkumuliert, um dann zu starten. Und dies alles findet im Moment so statt, die Triebwerke sind sich am Aufladen, wir hören sozusagen eine Art Countdown, der runterzählt auf Null und die liebeslichtgeistige Welt hält den Atem gerade so ein bisschen an, ist aber gleichwohl sehr, sehr tätig, aber sie schaut sehr mit einer gewissen, ja, Freude, stillen Freude, aber auch mit so einer Herzenskraft, die sich so sammelt in ihnen, so wie ich das so spüre, in, auf die Erde, auf uns, auch auf Sonnensystem, auch auf den näheren Bereich, um die Erde, die Sternensysteme sind alle bereit für diesen Neuschöpfungsstart und diese Energie fließt jetzt durch euch auch durch, ihr spürt diese Energie immer besser und es ist so, dass die, ich möchte mal so sagen, die, ich sag's wie es ist, in der äußeren Ebene, auf den Astralebenen und jetzt auch immer mehr auf der Erdebene ist, die Schlacht geschlagen und wir sind jetzt dabei, oder wir sind jetzt so in dieser Phase, vielleicht ist dieses Naturbeispiel für euch, wenn ein liebes Licht-Tsunami kommt, dann weicht erst mal das Meer zurück, das Wasser geht zurück und wir denken, es ist trocken, wir sitzen hier auf dem Trockenen, das Wasser geht weg und wir denken, jetzt ist alles irgendwie wie fast verloren, das Meer weicht zurück sozusagen und dann kommt aber dieser Liebes-Licht-Tsunami und ja, es wird dann auch alles, wo nicht zu diesem Licht-Liebes-Tsunami gehört, zu dieser Welle, dann auch, ja, hinterher nicht mehr da sein, so, dass dieser neue Morgen, dieser neue Tag, dieser ewige neue Tag, dann auch so beginnt, dieser neue Morgen von diesem ewigen neuen Tag, dass der schön ist, dass diese Kämpfe aufgehört haben und auch, dass wir wieder mit unserer Liebes-Licht-Geistigen Familie auf allen Ebenen wieder zusammenkommen werden und das größte Fest, das es je im Multiversum gab, zusammen feiern. Ja, in diesem Sinne möchte ich euch eine wundervolle Zeit wünschen, eine Zeit voller Wunder, euer Uwe Breuer.